Mit dem Stichwort Priorisierung möchte ich heute wieder zurückkommen auf die Frage, wie soll denn der Führungsdeal ausgeprägt sein? Also ich glaube, einer der wesentlichen Kriterien beim Führungsdeal ist von Richtung Mikromanagement in Richtung laissez-faire, wo wir schon oft die Frage aufgeworfen haben, wie weit ist das Team, wie weit ist das einzelne Mitglied vom Team? Und ich glaube, auch da Priorisierung ist jetzt so ein Thema, es geht um das Thema, wie machst du deine Arbeit, aber natürlich auch, wie wählst du aus, was ist der nächste Schritt? Du hast vielleicht ein großes Repertoire an To-dos oder man sagt ein Backlog, wenn es agil sein soll, du hast einfach Sachen, die du erledigen sollst. Und wie wählst du jetzt aus, was das Nächste ist, was sozusagen das Wichtigste ist und machst du vielleicht immer wieder Dinge, die einfach, wo sich jeder nachher denkt, wieso hast du jetzt das gemacht? Es gab doch fünf andere Sachen, die viel wichtiger waren. Und ja, mit dieser kurzen Einleitung würde ich dann gleich zu dir rüberschmeißen. Genau, das Spannende an dem ist, dass es da ja sehr viele unterschiedliche Ebenen trifft, über die man irgendwie nachdenken kann, von der eigentlich individuellen Ebene der einzelnen Teammitglieder, wie sie selbst Arbeit managen. Also einfach nur auf dieser Ebene von, kann ich meine eigene Arbeit, egal wie das priorisiert ist, managen, bis hin zu den Teamzielen oder Unternehmenszielen. Wie werden die formuliert? Und wie weit haben da Teammitglieder quasi einen Beitrag geleistet, damit sie arbeiten können? Aber was wir so in der Vorbesprechung als wesentlich festgestellt haben, dass es halt immer zuerst dieses Verständnis geben muss über die, kann man fast sagen, den Gesamtkontext oder halt vielleicht diese Makro-Ebene, damit man eben weiter runter auch gehen kann. Also es muss sich natürlich von unten und von oben annähern. Aber wir haben irgendwie gesagt, dass, also ich glaube, wir haben das in einem relativ kurzen Satz irgendwie gesagt, dass es, wenn es kein Verständnis über die Provisierungen gibt, dann kann ich auch kein, kann ich auch nicht nachfragen, wie ich meine Arbeit machen sollte, sozusagen. Also wenn es quasi Besprechungen gibt, wo vielleicht es darum geht, was man gemacht hat, also wenn man irgendwie Recaps oder Reviews macht, dann darf man dort als Führungskraft nicht erwarten, dass die einzelnen Teammitglieder kommen und halt die Frage stellen, ja, bitte unterstütz mich bei der und der Aufgabe, weil ich möchte dort irgendwie besser vorankommen oder schneller vorankommen. Weil dazu fehlt es einfach am Verständnis vermutlich, welches denn wichtig wäre. Und da kommt eben wieder dieses Führungsverständnis ins Spiel, ob ich jetzt die Personen alle an der Hand nehmen möchte oder muss und sie diesen Weg entlang führe, der halt der Richtige ist und der Wichtige ist oder ob ich halt davon ausgehe, dass ich meinen allgemeinen Plan formuliert habe und die Teammitglieder verstehen werden von alleine sozusagen, woran sie zuerst arbeiten. Und das sind, finde ich, sehr spannende Punkte, in denen, also das ist diese klassische Dichotomie auch, wo man einfach überlegen muss, wie weit nehme ich die Menschen an der Hand und wie locker lasse ich das Ganze? Ja, genau diese Beschreibung von Mikromanagement zum Lesefair. Und ich glaube, oft ist es ein sehr individueller Prozess und es ist auch ein Prozess, auf wie lange ist dieser Mitarbeiter schon im Unternehmen? Ist er neu dabei? Ist er schon länger dabei? Was für Erfahrungen hast du damit gemacht? Was für ein gemeinsames Vertrauen habt ihr aufgebaut auf genau solche Fragen von wie wird die Arbeit erledigt? Was ist die Qualität, die gefordert ist? Was ist die Priorisierung von unterschiedlichen Tasks zueinander? Und ich glaube, gerade am Anfang dieser Beziehung kann man einfach gar nicht oft genug über solche Themen sprechen. Was machst du heute? Was ist das Ziel? Warum kommen wir in diese Richtung hinein? Und ist das der Weg sozusagen, den du vorprojiziert hast für dich, den du im Kopf hast, damit du dieses, was auch immer, Wochenziel, Monatsziel, Quartalsziele, wir reden oft über Ziele, erreichen kannst? Und wenn du da nicht dahinter bist, sondern dich sozusagen nur ein bisschen berieseln lässt und das auf dich zukommen lässt, dann bist du natürlich in der blöden Situation, dass du dann vielleicht oft überrascht wirst mit dem Ergebnis, was dann passiert. Und ja, ich glaube, das ist einfach ein Punkt, den man mehr aktiv managen muss auf dieser Ecke, um sozusagen diesen Überraschungseffekt hinten raus dann zu verhindern, weil mit dem guten alten Extreme Ownership ist es einfach immer deine Schuld, wenn hinten nach die Priorisierung nicht so war, wie du das gedacht hast. Weil was willst du denn argumentieren nachher? Ja, ich habe ja das schon gesagt, dass das urwichtig wäre und so, aber meine Mitarbeiter haben das dann leider nicht gemacht und hätten sie es richtig gemacht, dann wäre es eh urtoll. Also das ist total lächerlich. Du kannst einfach nur von dir selber ausgehen, was hast du nachverfolgt, was für eine Linie hast du gesetzt und was waren deine Top-Prioritäten und wie hast du die auch kommuniziert? Eben das gute Stichwort, da kann man fast nicht zu viel kommunizieren auf dieser Ecke. Genau. Und da ist auch die, die, was man halt herausheben muss, ist, dass es nicht einfach ist. Also das ist genau wieder das, wo man sagen würde, vielleicht auf gut Englisch mit, da bekommt man halt die Big Bucks. Also deswegen ist man in der Führungsposition, weil man einfach sämtliche Aspekte abdecken können muss. Also man muss tatsächlich von diesem individuellen Aspekt abdecken können, dass ich versuche zu lernen oder zu verstehen, wie einzelne Teammitglieder arbeiten. Arbeiten die vielleicht mit Timeblocking? Arbeiten die einfach mit einer To-Do-Liste? Brauchen die gar keine Listen, sondern wissen mehr oder weniger intuitiv, woran sie jetzt quasi arbeiten sollen, weil sie sich dann sowieso, weiß nicht, zwei Wochen einschließen und dann einem Projekt arbeiten und dann quasi mit guten Ergebnissen zurückkommen. Gleichzeitig muss ich quasi auch wissen, wie ich meine Besprechungen dann gestalte. Sind das eben, wie wir es schon kurz erwähnt haben, sind das Besprechungen, wo wir tatsächlich nur Debriefs machen sozusagen? Also wo wir nur darüber reden, ja, was haben wir dann jetzt alle gemacht? Oder geht es auch in Besprechungen um eine Roadmap so ein bisschen mit? Was soll denn das Nächste sein, das entstehen soll? Und da gleich in Kammer quasi wieder gesagt, muss ich auch als Führungskraft dann wissen, soll ich das jede Woche zweimal machen? Mache ich das alle zwei Wochen einmal? Also das sind halt genau diese Dichotomien, die wieder, da sind die Big Bucks drinnen. Deswegen ist man Führungskraft, dass man das schafft, diese Balance zu managen. Und quasi davon weitergehend ist ja genauso noch, dass auf die Zielformulierung und dann tatsächlich in die Verantwortung nehmen, dann in Projektabschlüssen. Also das sind genau Dinge, die du erwähnt hast. Auch da muss ich managen können, dass ich das kommuniziert habe oder gemeinsam mit dem Team vielleicht Ziele erstellt habe oder die Mitarbeitenden mir gesagt haben, woran sie eher arbeiten wollen und wir das dann in einen größeren Rahmen gepasst haben, damit sie auch wissen, worum es geht. Also ich kann tatsächlich nicht als Führungskraft, wie wir es auch immer gerne, dieses Bild bemühen, dass man nicht einfach nur vorne weglaufen kann, weil naja, ich bin halt die Führungskraft, klar, ich bin vorne und da gehöre ich hin, sondern das ist Führungskraft hinter seinem Team und unterstützt das Team. Und dazu gehört halt einfach, dass man alle Kommunikationskanäle abdeckt. Also dass man einfach verstehen muss und lernen muss, wie weit da Mitarbeitende vertraut sind mit den Zielen, mit den Erwartungen auch. Ich meine, Erwartungen ist ja sowieso ein Stichwort, worüber wir, glaube ich, auch jetzt in der Folge nochmal reden sollten, weil das hat halt ganz viel mit nicht erfüllten Erwartungen zu tun bei der Priorisierung und das hängt meistens damit zusammen, dass die Erwartungen nie angesprochen worden sind. Das ist, ja, bitte. Ja, also das ist sicher ein super Punkt. Ich wollte auf den vorigen von dir noch ein bisschen eingehen, weil du gesagt hast, die Führungskraft muss sich darauf einrichten, auf die Gegebenheiten etc. Und ich wollte das nutzen, um zu sagen, genau, da musst du es schaffen für dich, diesen Perspektivenwechsel durchzuführen. Wenn du in diesen Perspektivenwechsel, also du hast für dich vielleicht eine Idee von, also wenn ich Aufgaben bekomme, dann bräuchte ich irgendwie das so und so aufbereitet und auf die und die Art und Weise. Aber was so wichtig ist, du hast ein Team vor dir und das ist hoffentlich divers in allen möglichen Richtungen und dieses Team hat unterschiedliche Ideen von der eine braucht es ein bisschen mehr so, der andere ein bisschen mehr so, sie hätte es gerne da drüben und was auch immer. Also es gibt so viele Möglichkeiten und sich auf diesen Perspektivenwechsel einzulassen und das in seine tägliche Arbeit zu übernehmen, da ist Wachstumspotenzial drinnen. Ja, sich hier mal reinzudenken, ja, okay, ich habe mir gedacht, das ist total wichtig und es ist jedem klar, dass das total wichtig ist. Hm, wann habe ich das gesagt? Habe ich es am Montag gesagt? Hm, am Montag eher nicht. Habe ich es am Dienstag im Meeting erwähnt? Hm, naja, ich glaube, ich habe es eigentlich nicht erwähnt. Also weißt du, wo ich hin möchte? Ja, ich habe es nur die ganze Zeit gedacht, aber das, was du gesagt hast, das ist dann eine unausgesprochene Erwartung und ja, vielleicht könnte man aufgrund der Umstände daraus schließen, dass das jetzt Priorität hat, aber wenn du das für dich selber einfach nie manifestiert hast, also dass du nie ein Gespräch gesucht hast mit deinem Mitarbeiter und dann ist es irgendwie so, aha, ja, okay, ich habe verstanden, das ist jetzt total wichtig und wir sollten das jetzt als erstes angehen. Ja, dann hast du einfach, ich meine, jetzt hart gesprochen, aber dann hast du wahrscheinlich versagt auf der Ecke mal für diesen Task halt. Ja, fällt mir nur noch mal an das, was du vorhin als Beispiel gebracht hast, das ist halt genau das Extreme Ownership als Führungskraft und deswegen ist es ja noch wichtiger als Führungskraft dieses Extreme Ownership zu haben, weil du dann eben nicht sagen kannst, ja, aber das war doch klar, dass das ein Ziel ist oder dass das Priorität hat und dann wird halt das Teammitglied sagen, wie, woher hätte ich das wissen sollen? Ne, aber das muss man noch wissen, weil das ist halt, ja, also eben wie das jetzt gesagt ist, weil du selber als Führungskraft hast vielleicht einen größeren Blick, aber wenn du nicht den Perspektiven wechseln machst, dann wirst du nie verstehen, dass andere Menschen natürlich nicht den gleichen Blick haben wie du und nicht die gleichen Informationen haben wie du. Und das führt ja dann auch wieder zu diesem Vertrauen schenken und wie man sich quasi Schritt für Schritt und sowas heranarbeitet. Da ist quasi auch sehr schön, vielleicht in einem 101 Gespräch erst mal die Frage zu stellen, wie, also quasi bei den Teammitgliedern erst mal nachzufragen oder nachzufühlen, mit wie teilst du dir denn selbst die Arbeit ein oder woher nimmst du in deinem Verständnis erst mal die Priorisierungen? Weil dann kann ich erst als Führungskraft eben, was du auch gesagt hast, dann kann ich erst meine Kommunikation und meine Erwartungen anpassen, wenn ich die Erwartungen der anderen weiß oder weiß, worauf deren Erwartungen passieren. Also ich kann halt nicht als Führungskraft dann, wie du sehr schön im Beispiel vorhin gesagt hast, ja, aber ich habe es ihnen gesagt. Ja, aber was hast du ihnen gesagt? Du weißt ja nicht mal, was angekommen ist. Also das ist ja, klar kannst du sagen, ja, aber das müsst ihr machen und vielleicht kommt bei den anderen an, ja, das ist halt eine Task, die dann, die wir machen müssen. Ohne, dass du gesagt hast, übrigens, das ist die wichtigste, weil, du musst ja dann auch quasi erklären können, wieso das dann wichtig wäre, wenn das nicht das Team quasi selber sich priorisiert hat. Also da sind halt ganz viele dynamische Dinge drinnen, die aber alles erst mal in Verantwortung der Führungskraft sind. Also das muss man selber managen und das einfordern. Man kann nicht einfach erwarten, dass das von alleine läuft. Also quasi abschließender Gedanke, das ist die Aufgabe der Führungskraft, ist ja, einzelne Personen im Team und das Team so erfolgreich wie nur möglich zu machen. Und ich will jetzt gar nicht sagen leiten oder führen, sondern das ist die Aufgabe, alle müssen so erfolgreich wie möglich sein können. Punkt. Und da muss man quasi alles, was drunter fällt, managen. Ja, vollkommen richtig. Und ich meine, du hast ja jetzt erwähnt und das ist, glaube ich, das Um und Auf fast in jeder Situation, du hast einfach als Führungskraft einen anderen Blick auf die Dinge, weil du bist in anderen Besprechungen, du hast andere, selber eigene Ziele, andere Ziele vielleicht. Du hast dadurch einfach einen anderen Blick und du hast im Idealfall auch mehr Zeit, dich um das Außenrum zu kümmern und bist nicht direkt drinnen in den Tasks, in den Arbeiten, sondern du siehst einfach allein schon in deinem Team, okay, da gibt es Tasks da, da gibt es Tasks da, die passen da zusammen, die passen nicht zusammen. Können wir mal schauen, dass wir die vielleicht irgendwie zusammenpassen, machen und du hörst von anderen Teams, was die natürlich für Tasks und Aufgaben haben. Und damit bist du in einer ganz anderen Position und ja, jetzt haben wir den Richtungswechsel schon angesprochen, der einfach für die generelle Reflexion, für dein generelles, wie siehst du Dinge in der Welt so wichtig ist. Wenn sich Menschen generell mehr die Frage stellen würden, ja, okay, ich ärgere mich da jetzt weil und sich dann stellen würden, hm, wie könnte das aussehen, wenn ich da andere wäre, dann würde es halt generell in der Welt, das ist ein bisschen philosophisch, aber dann würde es halt viel besser laufen auf der Welt, wenn man sich diese Frage ein bisschen öfter stellen würde. Ja, also ich meine, Empathie ist ja sowieso ein Punkt, der natürlich auch eine Führungskompetenz ist, würde ich sagen, aber wie du sagst, also das ist Beziehungsmanagement und da sind wir halt wieder auf diesen anderen Ebenen, die da quasi weiter drunter sind, weil im Endeffekt, wenn, also ich rolle es noch mal anders auf dem Beispiel, wie du es gesagt hast, mit den anderen Blickwinkeln oder den Perspektiven, ist, dass ich als Führungskraft eben alle Einzelpersonen aus dem Team auf einer anderen Ebene kennen sollte, als die Teammitglieder unter sich. Und das soll das quasi bedeuten, als Beispiel, wenn ich eben sage, das ist die Task, die müssen wir machen, dann muss ich wissen oder ich muss zumindest verstehen, versuchen oder lernen, wie das bei den unterschiedlichen Menschen ankommt. Nämlich die eine Person, wie ich es vorhin als Beispiel kurz gesagt habe, die eine Person wird das hören und wird sich denken, kommt auf meine Liste. Und die andere Person, weil sie vielleicht selber eben mit einer anderen größeren Task schon arbeitet, wird sagen, oh, das klingt sehr wichtig, das möchte ich gleich machen. Und dann haben wir schon immer halt des Teams eine komplett unterschiedliche Erwartung, was denn von der Führungskraft gekommen ist. Und das ist natürlich schlecht, weil dann ist es am Ende, kommt das Produkt vielleicht falsch raus oder dann heißt es wieder von oben, ja, aber was ist denn hier passiert mit dem Projekt? Und dann kann man als Führungskraft dann wieder sagen, ja, aber ich habe es doch allen kommuniziert. Und dann sind wir schon wieder in diesem Teufelskreis mit, ja, es ist schön, dass man selber als Führungskraft kommuniziert hat. Aber wie ist es angekommen? Wie wurde das kommuniziert? Wurde es klar gemacht, welche Wichtigkeit dieses Projekt hat oder diese Task hat? Wie ist überhaupt meine Beziehung mit diesen Personen? Könnte ich dort nochmal individuelles Feedback geben während dem Arbeitsprozess? Verstehe ich überhaupt, wie diese einzelnen Mitarbeitenden an Task rangehen? Muss ich die eben an der Hand nehmen? Also da sind wir jetzt quasi wieder den ganzen Bogen gespannt mit. Muss ich die an der Hand nehmen und ihnen genau sagen, das ist jetzt wichtig, das müssen wir so machen? Oder kann ich sie ganz frei quasi arbeiten lassen, weil sie eben wissen, wenn das so und so kommuniziert wird, ist das meine Priorität eins, dann mache ich das als allererstes sozusagen. Also es ist natürlich dynamisch, aber es kommt halt immer darauf zurück, dass die Führungskraft durch diese unterschiedlichen Perspektiven einfach in der Verantwortung ist, diese Perspektiven zu nutzen auch und nicht nur für sich zu behalten, sondern das muss quasi umgesetzt werden in entsprechende Handlungen, die das ganze Team voranbringen. Genau. Und diese Handlungen können halt immer sehr unterschiedlich sein, weil die meisten Teams verändern sich natürlich. Es geht mal wer, es kommt mal wer dazu und jedes Mal wieder kann es passieren, dass du nicht bei Null vielleicht anfangen musst, aber dass du einfach wieder sicherstellen musst, dass das wieder ein stimmiges Ding wird. Und meistens, wenn das Team Erfahrung gewinnt und zueinander Vertrauen gewinnt, wird das alles einfacher und besser nochmal. Aber wie gesagt, das ist halt insofern instabil, als dass sich einfach die Gegebenheiten ändern. Die wenigsten Teams sind über drei Jahre oder mehr komplett stabil, so wie sie halt angefangen haben. Das ist einfach unrealistisch in der heutigen Zeit. Und deswegen muss man da immer ein Augenmerk darauf haben. Ja, ich glaube, das war... Ich würde da noch dazu sagen, dass das halt wieder das Schöne an Führung ist. Weil jetzt nämlich wie du gesagt hast, mit Teams verändern sich ja, ist mir natürlich das auch einer unserer Favorite-Stichwörter, nämlich Onboarding, in den Kopf gekommen, was natürlich auch Führungsaufgabe ist. Also man muss sich ja um diesen Onboarding-Prozess kümmern und man kann nicht erwarten, dass neue Teammitglieder sofort verstehen, wie Priorisierungen funktionieren in einem neuen Team und in einem neuen Projekt. Das heißt, das ist auch irgendwie das Schöne daran, dass es halt eine sehr vielfältige Arbeit ist oder es ist eine sehr vielfältige Position, diese Führungsposition. Und da muss man, glaube ich, vor allem als irgendwie neuer Führungsgraft oder junger Führungsgraft, muss man sich einerseits dessen bewusst werden, dass es vielschichtig ist und dynamisch ist. Auf der anderen Seite darf man sich davon nicht einschüchtern lassen, weil alles erlernbar ist. Also das ist alles etwas... Also das sind alles Dinge, die mit Erfahrung besser werden und das versuchen wir in diesem Podcast irgendwie auch zu machen, also so ein bisschen einen Blick drauf zu werfen und irgendwie ein Bewusstsein dafür zu schaffen, welche dynamischen Felder es gibt. Damit man das eben lernen kann. Also es sind ja Dinge, die haben wir ja teilweise selber on the job lernen müssen und dann irgendwie durch Literatur mitgelernt und lernen wir noch immer in unseren Jobs auch selber dieses dynamische Feld und diese ganzen Kompetenzen. Also das Schöne ist dann, dass man hier mit dem richtigen Mindset sehr viel leisten kann, nämlich dieses lernende Mindset, dass ich weiß, es gibt viel zu tun, ich möchte gut werden darin, ich möchte mein Team voranbringen und ich werde nie auslernen. Ich werde nie auslernen, eine gute Führungsgraft zu sein, sondern das ist eine Kompetenz, die sich stetig erweitern kann und auch mein Führungsverständnis sich vermutlich anpassen wird über die Jahre. Ja, ich möchte abschließend noch dazu sagen, also aufbauend auf dem, was du gerade gesagt hast, es ist, ich möchte sozusagen Mut aussprechen dafür, dorthin zu schauen, wo man vielleicht manchmal eher so ein bisschen wegschaut, weil man irgendwie das Gefühl hat oder man merkt, ach, das ist ein bisschen außerhalb der Komfortzone, dort ist ein bisschen, da könnte Widerstand kommen oder da könnte irgendwer beleidigt sein oder diese Sachen und viele Führungskräfte kommen aus dieser Ecke des drüberfahren etc. Aber es gibt auch ganz viele andere, die eher mit diesen Themen ein Thema haben und da kann man nur sagen, generell Mut dazu, dorthin zu schauen, wo man vielleicht im Zweifel lieber ein bisschen wegschauen würde, weil genau dort die Lernmöglichkeiten liegen, weil genau dort sich auch ein bisschen deine Schwächen verstecken, die du dann aber umwandeln kannst in Möglichkeiten und Erfolg am Ende des Tages. Genau. Ich glaube, damit haben wir jetzt wirklich den Bogen gespannt und nochmal so ein bisschen über Führungskompetenz und Verständnis gesprochen. Das ist, glaube ich, eine schöne Folge. Das stimmt. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören und bis bald. Bis dann. Bis dann.